Gut ausgebildete Fachkräfte sind der Schlüssel zum wirtschaftlichen Erfolg. Die duale Ausbildung genießt deshalb weltweit ein hohes Ansehen. Denn Unternehmen wissen die praxisnahe Ausbildung aus Deutschland zu schätzen. Doch welchen Beitrag können Unternehmen leisten, um das Fachwissen der Auszubildenden zu sichern? Zum einen bilden viele Unternehmen selbst junge Fachkräfte aus, zum anderen können sich Mitarbeiter als Prüfer engagieren. Denn für einen anerkannten Abschluss müssen Auszubildende am Ende ihrer Lehre verschiedene Prüfungen bestehen, theoretischer und praktischer Art. Zuständig für die Abnahme der Prüfungen ist die IHK. Sie setzt dafür paritätisch besetzte Prüfungsausschüsse ein. Diese bestehen jeweils aus mindestens einem Lehrer, einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmervertreter. Aber wie wird man eigentlich Prüfer? Und welche Aufgaben stehen damit in Verbindung? Die wichtigste Voraussetzung, um Prüfer zu werden, ist ein hohes Maß an aktuellem Fachwissen auf dem jeweiligen Prüfungsgebiet. Am besten arbeitet man selbst aktiv im entsprechenden Prüfungsberuf und ist in seinem Unternehmen vielleicht sogar als Ausbilder tätig. Neben Verantwortungsbewusstsein und Spaß im Umgang mit jungen Menschen sollten zukünftige Prüfer eine hohe Kommunikationsbereitschaft mitbringen. Denn es ist besonders wichtig, zuhören zu können und mit präzisen Aufgabenstellungen Wissen und fachliches Können der Prüflinge abzufragen. Wer diese Voraussetzungen mitbringt, kann sich bei seiner IHK als Prüfer bewerben. Die praktischen IHK-Prüfungen sind sehr vielfältig. Je nach Beruf beinhalten sie zum Beispiel Arbeitsaufgaben, Präsentationen sowie Fach- und Kundengespräche. Zu den Aufgaben des Prüfers gehören neben der Durchführung auch die inhaltliche Vorbereitung der Prüfung und die anschließende Bewertung der Leistungen der Auszubildenden. Während der Prüfungsphasen gibt es für die Prüfer daher einiges zu tun. Den Rest des Jahres geht es ruhiger zu. Das Ehrenamt bringt für die Prüfer nicht nur gesellschaftliches Ansehen. Sie können auch ihr berufliches Netzwerk erweitern und durch den stetigen Austausch mit Kollegen ihr Fachwissen auffrischen. So bleiben sie zum Beispiel immer auf dem neuesten technologischen Stand. Prüfer leisten einen entscheidenden Beitrag für die Zukunft ihrer Wirtschaftsregion. Schließlich ist die erfolgreiche Abschlussprüfung für Auszubildende der Startschuss in ein eigenverantwortliches Berufsleben. Auf diesem Weg wird eine neue Generation von Mitarbeitern gesichert, die in Theorie und in Praxis gleichermaßen stark sind.